Und dann wird's halt nur bei den anderen zwei ein bisschen schlecht, obwohl es kommt mal alles scheiße. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sollte ich eigentlich lieber Redstone mitnehmen oder lieber, ähm, lieber Bruchsteine, Cobblestone? Bruchsteine sind übrigens... Blastersteine. Du bist ja auf 1.7, äh, 1.0, wieviel? Weil Bruchstein... 1.75? Ja, da haben sie's Bruchstein genannt. Ähm, ja, Cobblestone... Keine Ahnung, ne... What the fuck gibt der in Leben ab? Das ist Cobbl oder Pflasterstein. Das war, ist... Sogar in Berlin in der Führung hieß Cobblestone war Pflasterstein. Ja, wir haben ne multisprachige Führung gemacht. Deutsch und Englisch. Ja, ey. Multisprachige Führung. Da ist nicht der Weg Berliner Mauer ist nicht mit Cobblestone. BZB Pflasterstein, äh, gemeißelt, äh, dargelegt. Boah, ich muss da Dinger hinmachen, weil ich... Ich... Peile das nicht mehr. Ahhhh... So, ich glaub, ich komm auch gleich wieder mal vor. Das hat sich normal angehört, okay? Ah, ist hier schön viel... Schön viel Quartz, das find ich echt schön. Brauch's ab. Ähm, Alex, wir müssen... Boah, nice! Alex, wir müssen noch ein Level... Level 35er farmen. Ja, ich farm grad Quartz und ist auch schön Level. Stimmt, Quartz gibt ja schon Level. Oh, ja. Boah, ich hab irgendwie grad schon wieder voll übel Hunger. Das ist voll schlimm. Schon wieder voll übel Hunger. Mein Beileid. Wollah. Was mir grad auffällt, Jan, du weißt ja gar nicht, wie Autofahren ist. Geil. Autofahren ist geil. Oh, Autofahren ist genial. Vor allem... Das Beste ist das, deine Eltern kommen so rein und sagen, ey, du könntest volles geile Ding machen, du könntest Eis holen fahren. Dann sag ich so, okay. Dann kriegst du auch noch ein Graz. Das ist alles... Sprit wird dir gezahlt von den Eltern. Auto wird dir gestellt von den Eltern. Einfach mal zum 18. Auto kriegen. Hallo? Die Eltern werden dir gestellt von den Eltern. Ja. Oh, oh, oh. Ähm, Frage. Kann ein Zombie-Pigman durch Lava sterben? Ja. Äh, nein. Weil... Ihr müsst grad... Das... Oh, ich muss euch das screenshotten und euch schicken gleich. Mach halt. Weil, ihr müsst wissen, da ist ein Zombie-Pigman, der schwimmt in Lava. Lava-Fall hoch. Ja. Und es sieht so bekloppt aus. Die sterben halt davon einfach nicht. Ja. Uh, hier ist noch Quarz, 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 mehr Quarz. Ich brauch so viel Quarz, ey, für meine Burg. Und Red Storm brauch ich auch, ey. Gehst du einen Quarzen? Wenn du mir ein paar Dias gibst, geb ich dir Red Storm, ey. Ich hab hier unten massiv... Nee, Red Storm brauch ich grad eben nicht. Das hab ich versprochen. Ich meinte... Neser-Stein. Oh. Oh. Oh, mein Gott, nein. Diamanten. Geil. Gib uns mal ein paar Dias ab, oder? Was? Gib uns mal ein paar Dias ab, oder? Nee. Hast du ihm irgendwas gestellt, dass ich dir abgen muss? Kannst du mich halt am Arsch lecken? Du kriegst vielleicht fünfeinhalb ab. Hm, fünfeinhalb find ich schon zu viel. Jan verdient nicht so viel. Fuck, 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 fuck! Uh, gut, dass die scheiß Viecher nicht treffen können. Ihr müsst wissen, ich baue mich hier grad mit, äh, netherrack über ne Schlucht, um zum Quarz zu kommen, schießt so ein, äh, Viecher auf mich. Alex? Und ihr wisst ja, wenn die schießen, kann das kaputt gehen. Was los? 13 Diamanten. Autsch. Ich hatte nicht so viel Glück, es waren eigentlich, ähm, sechs Blöcke, haben aber doppelt so viel gemacht. Ja, wenigstens eine Verdopplung, halt. Ja, Verdopplung ist jetzt schon... Besser als gar nix, oder? Grüß Gott. Ähm, also, Kalle, ich hab, ähm, Jan was vorgeschlagen, weiß nicht, ob du jetzt da irgendwie Befürworter bist oder nicht. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich euch meine Silk-Touch-Picke leihen. Für Strip-Mine. Silk-Touch? Ich hab zwei Silk-Touch-Picken. Ja, Behutsamkeit. Achso, stimmt. Und, ähm, dann, ähm, dann bearbeite ich eure Diamant, ähm, äh, Diamant-Erz-Dinger mit, äh, meiner Glücksspitzhacke. Verlangen halt aber auf 25%. Ah. Okay, von ja, von mir aus. Joa, wegen mir auch. Irgendwann mal halt dann, äh, die Silk-Touch holen beim nächsten Strip-Mine oder wenn ihr vorbeikommt, weil das lohnt sich halt echt. Ich hab jetzt zum Beispiel aus sechs Blöcken halt zwölf, äh, zwölf Diamanten gemacht. 13. 13. Alter, warum merkst du dir so was? Ja, mein Gott, 25% können wir dir dann auch geben. Ja. 25% ist jetzt nicht so. Will ich auch haben, ne? Also, äh, keine Faxen hier. Okay, wir haben drei, okay, wir haben vier Dias bekommen, ich geb dir ein. Ob wir eigentlich so 25 oder so bekommen. Keine Faxen, Alter, keine Faxen. Ja, ich red hier. 25% ist bei vier Einer. Ja. Obwohl wir eigentlich in Wirklichkeit mehr bekommen haben. Boah, ey. Walla. Muss doch zuhören, Walla. Bischer Faggot hier. Du Bazzel, Alter, ernsthaft. Backfisch-Esser hier. Hab ein bisschen mehr Respekt vor den Alten hier. Vor den Alten. Wir könnten die komplette Aufnahme-Session jetzt in dieses Zeichen setzen. Du bezeichnest dich hier selber als alt. Ältere wollen mehr Respekt vor den Jungen. Ey Alex, du alter Sack ey, komm mal rüber. Ich komm gleich, aber ich muss erstmal hier ein bisschen Glowstone abfahren, weil hier so... Ihr müsst wissen, ich mag so ein Glowstone direkt über dem Boden ist. Kali. Kali, Schatz. Welches Level hast du? 12. 25. Schön für dich. Boah, er will angeben, ey. Schlag ihn. Echt? Ich hab 23. Haha! Ich geh mal wieder Strip-Nin hin. Ähm, hol aber erstmal... Leih dir mal mein Pferd aus und reite erstmal zu Dings. Zu Dings? Äh, zu Nico. Äh, ich hab selber ein Pferd. Ach, stimmt. Du hast ja selbst ein Pferd. Ja, gell. Leih dir sein Pferd aus und tue es. Leih dir mein Pferd aus. Ach, du hast ein eigenes? Dann nutz das bitte. Denn mein Pferd ist MEIN Gaul. Der hat eh schon Popo weh durch mich. Die ganze Zeit ist so ein Scheißfeder hinter mir. Warte. 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 Kapierst du? Nico, komm, komm, komm. Kommt's hoch. Kommt's hoch, verstehst du? Lass es auf dich wirken. Lass diese Aussage auf dich wirken. Ich hab auch grad, ich muss auch mal ganz kurz nachdenken. Das Popo meines Pferdes tut immer so weh. Der Spruch stammt aus dem Let's Play von nem Kollegen von uns. Das war für mich auch grad so ein Moment, wo ich mir dachte, soll ich ihn aus meiner Gruppe kicken oder nicht? Ja, wär sehr gut. Hey, hab mir ein bisschen mehr Respekt vor den Alten. Vor allem du Nico als Alterskollege. OP, ey, pass auf. Alter Sack. Moment Nico, wie alt bist du? Ich bin 19, ich bin älter als du. Fuck! Fuck! Gut, ich wohne gleich mit meinem Bruder, der tauscht jetzt mit mir. Der ist 21. Oh my god! Nico, wo bist denn du? Ich bin schon eingerostet. Nico. Ich bin... Ach, bist du grad bei mir zuhause? Ich bin auf dem Weg. Ähm, ja gut, dann geh ich kurz mal hoch. Dann lass die da, wo sie sind. Ja, mach ich. Und über... Ich muss eh essen holen. Oh, ich muss eh essen holen. Ich muss so fucking viel Quarz an der Decke, ey, das ist so geil. Aber ich glaub, ich find den Weg nach Hause nicht mehr. Also vier sind's auf jeden Fall. Na gut. Fuck, ey. Ich sag's jetzt schon, ich find den Weg heim nicht mehr. Kann dir die Posi geben. Vom, äh, Nether-Portal? Na, ich find den Weg schon irgendwie... Irgendwie. Bück dich, das passt schon. Vor allem, ey, ich sollte mal kurz was anmerken für die, die bei meiner Sicht gucken, was da im Klartext Null sind. Bück dich einfach. Äh... Was soll ich sagen? Ähm, unter... Unten links, äh, rechts meine ich, seht ihr ja so ein Trollface, ne? Da immer wieder Leute bei, äh, wenn Skype bei mir auch immer online ist, wird das angezeigt. Selbst wenn ich auch beschäftigt bin, find ich ekelhaft. Niko, wo bist du? Äh, jetzt klettere ich grade hoch. Bei deinem Geheimgang da? Jaja, aber ich hab die Picke nicht dabei, ich muss die erst holen. Jo, warte, ich komm mal hin. Ich hätte auf jeden Fall ein Zombie. Jennifer, du kannst warten. Jennifer. Jennifer? Ich bin nicht Jennifer. Achso. Dann verwechsel ich dich mit Kubi. Jennifer's grad nicht da. Jennifer's echt grad nicht da. Dann verwechsel ich dich mit Kubi, sorry. Oh my god. Ja, weißt du, du könntest mir ja so Gesellschaft leisten, den du runterspringst und mit hochschwimmst. Ich sag's drüber, ich werd wahrscheinlich irgendwann in diesem Wasserfahrstuhl von dir noch ein bisschen aufpimpen. Ach, ja? Oder in dem ich ein bisschen TNT runterwerfe. So ein bisschen PIMPT, mein, ähm, Wasserfahrstuhl! Das ist Alex übelst grad gestorben. Mhm. Alter, ich bin da noch rausgesprungen und hab mir gedacht so, what the fuck geht jetzt? What the fact? Der ist krank irgendwie. Ich konnte grad noch so rausspringen und fliehen. So lieblich halt, weißt du? So mit Blumenkranz. So, ich komm jetzt nach oben. Ich komm jetzt nach hoch. Nach hoch? Nach hoch. Ich weiß gar nicht, wie du das Kalle sagst, der ist eh nicht, äh, ist eh nicht zu Hause. Ich weiß, ich muss da erstmal meine Tasche ein bisschen leeren. Ja ernsthaft, irgendwann, wenn ich Lehm gefarmt hab, dann platziere ich überall Blumentöpfe bei anderen Leuten. Mit schönen roten Blumen. Oh, es, 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 es gewittert. Ja, merk ich schon gerade. Nico, bitte komm schnell, ich hab Angst. Wirklich. Ah, es läuft schon. Ohne, ohne Spaß jetzt, ohne Spaß, ich hab wirklich Angst. Es läuft schon. Nico, ohne Witz, ich hab richtig Angst. Hier ist Gewitter ganz normal, weißt du, da musst du gerüstet sein. Ey, mach ich chill und komm hier. Äh, übrigens Nico, gute Nachricht. Ab 1.8 kann man in Minecraft seinen Namen ändern. Ja. Ja? Was? Ja. Oh, endlich! Dann habt ihr endlich einen TrueLT-E mit am Start. Nicht mal Alexander11198. Dieser Name. Ja gut, dann kommt einfach wieder, wenn ihr halt die, ähm, die Ding habt, die... Ding? Äh, die Blöcke. Jo. Dann klatsch ich die so, pam pam. Okay, schön mit dir Geschäfte zu machen. Alter. Also ich bin jetzt bald Level 30. Alter, äh, äh, ähm, Ding, komm mal, komm mal noch mal kurz zurück. Warum? Komm mal ganz kurz zurück. Warum? Alter, scheiße. Ähm. Ah, da ist noch mein Zeug. Ja. Ähm. Guck mal kurz, ähm, du bist ja grad neben mir da, ne? Wo bist du? Äh, da wo ich grad... Alter, warum sind die goldene fette Kackbäume? Ich hab Jan da Spaß gehabt. Okay. Welche Bäume? Ähm. Guck mal. Akazienbäume brauch ich. Also die Akazienbäume nennen die meine. Guck mal hier in die Kiste. Alter. Alter. Wie schnell der Eier kommt. Und guck dir mal, wie schnell die neuen Eier reinkommen. Alter Frank. Ja, ich hatte... Ich hab da... Ich hab da... Ich hab da jetzt getrollt. Mit den Eiern? Ja. Äh, das ist mein Eier, meine Eierfarm. Weiß, ich hab da nur ein bisschen jetzt getrollt, weil ich Spaß dran hatte. Was hast du denn gemacht? Ey, Jan. Letzte Aufnahmesession oder welche? Was nochmal, wo ich zu euch gekommen bin und du wolltest mich fast töten? Da hatte ich nur Eier dabei. Oh, stimmt. Kann sein. Er hat Eier. Er hat Eier. Er hat Eier. Er hat Eier. Und hab euch bombardiert. Nils war am Ende. Das war übelst krank, Alter. Der hatte richtig Spaß. Der hat sich so mega einen abgelacht bei uns in der Aufnahme. Der hat die ganze Zeit irgendwas mit Batman gefaselt. Ne, 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 ne. Spastel. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz los was machen. Ah, Jan, Jan hast du... Den Faden hast du schon gewohlt? Warte mal kurz. Ich muss nämlich jetzt mal ganz los... Was hat er gesagt? Oh, Jan betreibt Serious Gameplay. Ne, nicht. Serious Play. Irgendwo halt das... Irgendwo erkenne ich das. Irgendwo erkenne ich das. Serious Play. Ach ja. Es gibt ein Lego Set, das heißt Serious Play. Das ist extra für erwachsene Firmen. Ernsthaft? Hauptsache mein Vater kommt halt gerade einfach rein. Um sozusagen die Teamfähigkeiten zu stärken. Ja, läuft. So ein Set kostet bis zu 400 US-Dollar. Ja, geil. Wirklich, 400 US-Dollar, damit Firmen das Teamwork verbessern können. What the fuck? Ja, geil. Ja, das ist wichtig. Würde ich kaufen. Hauptsache der Hund meiner Stiefmutter kommt einfach gerade und pinkelt mir ins Bein. Ne, was? Geiler Scheiß. Schick jemand. Nachdem wir so das Niveau gehoben haben mit meinem Commentary, muss Can. Daher kommt das Niveau wieder senken. Das ist ganz normal. Muss so. Mongo-Chan ist wieder da. Ja, Mongo-Chan ist da. Du mir schon fast leid. Dann du Mongo. Fast. Dann du Mongo. Oh, hab ich drei, sechs Knochen hier dabei. Ja, hab ich irgendwann mal Knochen gefarmt oder hat einer von euch Knochen gefarmt oder? Ich hab dir mal Knochen gegeben von mir. Nein, Spaß. Okay. Fast, du hast ihm deinen Knochen gegeben? Also den Knochen fürs Becken? Na 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 na. Bit. Man. Wahrscheinlich ist der Witz so eingetrocknet, dass es schon Knochen gebildet hat. Eingetrocknet? Ich kenn nur das Wort Eingerostet. Ja, eingetrocknet gibt's auch. Eingerostet? Eingerostet. Spielst du Rust? Schmutz kann eintrocknen in die Wäsche. Hm. Hm. Du wirst niemals eingetrocknete Wäsche waschen. Boah, ich hab voll den Ohrwurm von dem Bullshit den Ding verzackt. Oh, baam. Ich hab schon mittlerweile so fuck übertrieben viel Quarz. Was echt gut ist, weil ich brauch sehr viel. Ich hab schon so übertrieben fuck viel. Übertrieben fuck viel. Yo. Was denn los? Ich wollt's nur andeuten. So, Can, ich bin dann mal wieder da. Ich musste ja schwunzeln. Was denn? Das ist doch eins an Bezeichnung für ne Menge. Übertrieben fuck viel. Übertrieben fuck viel. So viel, das sind schon mehr als ich Kinder gezeugt hab. So viele Kinder hast du gezeugt? Alter, ich finde nur Gold. Nur Gold. Habe ich schon gesagt, dass ich nur Gold finde. Nur Gold finde ich. Ich mach echt einen auf Scrooge McDuck und leg einen Geldspeicher aus Quarz rein. Boah, Alter. Das ist voll schlimm, was das Ding verzapft hat hier. Nils. Ich hab jetzt so ne Kiste gemacht. Ruf den mal, wenn du bei Skype an. Nils? Näh, der schlägt mich sonst. Das geht denn richtig auf den Sack, ne? Was ist eigentlich mit dieser scheiß Leine los? Ist die irgendwie völlig verpackt oder so? Wenn du da drauf drückst, dann geht die wieder ab, ne? Nur so nebenbei. Nein! Sackflos! Ernsthaft? Ohne Scheiß, ohne Schrooarzt. Das kannst du mir glauben, Alter. Klopp denen schon. Wie viele Level brauchen wir gleich nochmal? 35, oder? Ja, 35. Für was? Habe ich jetzt gleich. Ich habe jetzt 31. Für was braucht man 35 Level? Ultra große Dildo Pins. Für die Überspitzsacke des Grauenes und des Todes. Ultra große Eier braucht man die.